Hi Leute, Master of Suicide hier und wir spielen weiter. Wir sind immer noch bei TR Awakening und was wir jetzt gerade machen ist, wir erkunden die Karte und überlegen uns, was wir denn hier machen wollen, bzw. wo wir genau hinwollen. Dabei können wir noch eins laufen. Ja, eins mache ich jetzt tatsächlich. Ich würde zwar weit besser vorankommen, wenn ich nicht jeden Tag das hier machen würde, aber hey. Manche Sachen sind nochmal wichtig. Hm, 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 hm. Vielleicht können wir es so um anordnen. Ha, ha, stimmt. Das ging immer nicht ganz auf. Macht mich das aggressiv. Okay, ich muss mal irgendwas machen, sonst wir gehen einfach nur die Tage, ohne dass ich irgendwas dazu lerne. Oh, Fisch. Wir hatten bisher noch nie Fisch. Jetzt haben wir mal Fisch. Jetzt zeigt mir nicht, dass der Fisch... Es ist doch wohl nicht zu glauben. Dann gärten wir halt nur Holz. Ist auch gut. Und wieder Holz. Funktioniert ja sehr schön. Funktioniert ja sehr schön. Na? Achso. Die bauen hier weiter fröhlich, dass... Die kochen, wie das Zeug hält. Hm. Okay, das heißt, hier ist jetzt Wasser. Das heißt, wir laufen noch tatsächlich mal. Komm. Laufst mal hier rüber. Hm, 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 hm. Oh. 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 Da komm ich mit schlau. Da komm ich mit schlau. Und zum. Oh. 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 In... 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 Inver... Invertebüttel... Ich kann's nicht aussprechen. Unaanzweichlichen Alkoholvergiftung und... Was bringt das hier? Okay. Hab ich seines schwules Pärchen? Hab ich das richtig verstanden? Okay. Das war jetzt nicht, was ich erwartet hatte. Schönes Spiel. Fällt mir. Ähm... Hm... Counter-Tactics. Wie jetzt? Okay. Ich hab Angst. Wir sind alle über Stufe 4. Braucht was, was mit 19 leben... ...wenn wir das überleben können. Ich hab nichts, was... Okay, dann... Wer macht denn am wenigsten Schaden? Ähm... Du machst gar nicht mal so viel. In dem Fall. Das ist jetzt gerade echt... ...geines aufeinander rumkloppt, weil beide Seiten sauviel Schaden haben. Aber da ich mehr... Das hat echt Vorteile, wenn man so viele Leute in dem Dorf behält. Die schiere Masse zieht schon ziemlich... ...haut schon ziemlich rein. Okay, jetzt gehen die Signals weg, aber... Meine Leute stellen sich jetzt auch nicht gerade dumm an. Ja, sehr schön. ... 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 hochzeit hier was bauen wir denn da noch für dich bauen wir jetzt mal ein gathering ding damit alles sinnvolles machen kannst muss ja wohl irgendwie klappen obwohl wenn wir das hernehmen wird dann anders tatsächlich höchstwahrscheinlich 1 2 jetzt bildet sich nur 1 denn es so ja gut dann halt immer feste truf wollen wir zwei davon du hilfst damit fauler pelz fauler pelz, faulsack wollte ich sagen eigentlich na dann, wow oh mein gott bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht nein ja er läuft alle brav weg sehr schön und ich mache auch gar nichts anderes als hier okay ich möchte einfach nur weg wir laufen jetzt wieder in die nähe hier wird es ja nur noch schlimmer obwohl wenn wir jetzt schon da sind ne ne i'm out, i'm out, i'm out i'm out die löser des links ach komm wir bauen das jetzt mal fertig aus ah ok ist schon fertig ausgebaut ich weiß wir müssen den Grund noch abreißen machen wir das mal schnell das ist eigentlich auch nicht was ich wollte aber hey müssen wir ja auch noch machen ach genau das war der Punkt du ich wollte dass ich dich auf keinen Fall ähm hab ich dir noch nichts in die Hand gegeben hat der bisher immer nackt eigentlich gekämpft die anderen stehen da mit ihrer Ausrüstung ok nimm mir das Ding mal weg das hat sich ja gut bewährt ach so du warst ja der zweite Bastler eigentlich jetzt hab ich oder ja da war es der zweite Typ mit dem Bastlwert kannst du den nämlich eigentlich nicht brauchen also das hier so dann kann ich nämlich das auch ausrüsten sehr schön ach jetzt funktioniert das ist ja auch lustig wir wollen ja dass jeder hier sein Teil zu allem beiträgt außer eben unten er darf faul sein mhm leicht Touristung bauen was bitte wenn wir das hier rein tun und dann oben das unten eine Schnüre für unten bitte und dann schauen wir hier mal ja ok ist ja auch gut mhm was hat das jetzt geändert nochmal 7 ich kapiere immer noch nicht ganz wahnsinnig die Sachen hier ändern muss ich zugeben nochmal 8 oh sehr schön arbeitet mal dran du hilfst mit ich muss zugeben ich bin aber inzwischen ein wenig am überlegen wie ich in dem Spiel hier weiterkomme also wie ich langzeitig hier weiterkommen soll weil bisher laufe ich sehr gerne also bisher laufe ich sehr gerne das hier das hier nicht nein nein oh scheiße wir spielen mal dich wegen deinem blau fein mit ganzen Schilden um mir zu zeigen, weißt du, oh Gott die Musik ist ja zu laut Nein, wir fliehen aus diesem Kampf Verdammt Ich möchte bitte fliehen Ja, damit komme ich sehr gut klar Wie wäre es mit hier hinten hin? So, in die Richtung Sehr viel besser Okay Braucht nur noch 1 XP für den Level ab Ah, sehr schön da Da kommen noch schwache Gegner her Schauen wir mal schnell noch mal wegen Ressourcen Ob wir noch irgendwas brauchen Ist aber glaube ich nichts da Was wir gerade gebrauchen könnten Deswegen Nein, ach verdammt Das war nicht die Taste die ich wollte Ich wollte eigentlich nicht laufen Ja, die spielen wir jetzt gleich angriffen Ich habe vergessen was das hier ist Schauen wir jetzt nochmal vorbei Wird uns schon nicht umbringen Sagte er und starb Ähm Mehr Ressourcen Mehr Crafting Ach, nur die Bögen hatte ich mir ja überlegt Ja, ich glaube das machen wir mal Okay Lackste chance To craft good quality items Hm Hm Wir bauen jetzt erstmal Bögen Ich würde anschauen was die bringen Na, wo ist es denn? Production Crafting Bögen Also wir nehmen erstmal Holz Und Holz Und Leder Bramblewood Bows Are thorny and sharp Any hunter is proud to carry one Okay, und wenn wir jetzt normales Holz heintun Well, it's a standard wooden bow Nothing breathtaking but sturdy and efficient Eindeutig den Ändert das hier nochmal was? Fünf 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 Okay Okay, und dann bauen wir nochmal einen Bogen aus normalem Holz Also das ist zweimal dem hier Eigentlich müsste ich auch hier normales reintun können Wow Ist damit noch besser? Ja, sehr schön Noch besser Fünf Fünf Ähm Ähm Oh nein Oh nein Oh nein Die Spinnis Le Spinnis Was können wir nur tun? Sie werden uns alle töten Alle miteinander Ich sollte sie vielleicht trotzdem ernst nehmen, aber hey Sachen mit den Lebenswerten kann ich einfach schlecht ernst nehmen Ich seh schon, es gibt für mich zwei Kategorien Es gibt Sachen, die ich nicht schaffe und Sachen, die lächerlich sind Ich mache meine Leute unverbundbar Nein, ist die Katzen an meinem Schild Ich frage mich, wie groß diese Spinnen sind Also, ob sie so hüft hoch sind, oder Ob sie tatsächlich nur so Harenteller große Spinnen sind Oh Was haben wir denn da aus den Spinnen rausgehauen? Sehr schön Warte, ich muss gleich niesen Nein Mein Gott, Chris, hör auf, hör auf mich zu denken bitte Mensch Oh Ich seh schon, der fragt mich eh schon gerade aus, um was in meinem Spiel geht Ähm Muss ich jetzt... Also, beziehungsweise, muss es, weil es die falsche Auswahl Dann werde ich ihm da gleich antworten, aber Die Folge dauert ja noch zwei, drei Minuten Die musste sich jetzt leider gedulden Wenn du das hörst, tut mir leid Das war der Grund, warum ich die erst zu spät geantwortet hab dann Ähhhh Ähhhh Okay Aber dann können wir jetzt noch schön hier hingehen und das untersuchen Oh Oh Die Kinder nicht auf dich, aber sie sprechen. Die Kinder sind gekommen. Ich hoffe, sie suchen sie. Aber sind sie zu weib? Ein anderer spricht. Sie kommen für Hilfe, aber die Regeln müssen sich geholfen. Wir nehmen unser Essen, das wir ändern. Ein Wicker-Buske erscheint vor dir. Und du wissen, dass diese Vor-Fahrer nicht mehr zu sprechen werden, ohne dass du sie sie essen kannst. Okay. Gibt es denn was Schönes, was man sich da krallen kann? Naja, Holz. Aber Holz ist auch schon was, warum nicht? Aber es geht nicht, schade. Ich möchte tatsächlich schauen, wegen der Regeln. Mit Beginn. Wie viel wiegst du denn? 58. Du kannst zum Beispiel nur einen Bogen tragen. Okay, sehr schön. Na dann. Ha, das war zu erwarten. Nicht schön, aber... Ich muss die Antimalität überwaffen in die Hand drücken. Ja, da können wir, glaube ich, verlassen. Wir legen mal ihn zuerst hin. Und dann... Er hat ein bisschen Schölde. Er hat viel Schaden. Oh. Ah, ich... Ich wollte gerade schon sagen, das... habe ich mir ja umsonst zurück gemacht, aber... ...wirst dann doch nicht. Aber ihr zwei könnt mal auf die Ratte einschlagen, hoffe ich dann. Hm. Hm. Ich möchte auf jeden Fall auf dem Schlachtfeld haben. Okay. Okay. Schild L1. Support L1. Nee. Alles recht sinnlos, was die machen können. Du kannst jetzt auf jeden Fall mal gegen die Ratten kämpfen. Du kriegst einen Closer. Du machst tatsächlich einen... Schild dann wahrscheinlich auf den Typen. Mal schauen, was jetzt als letztes kommt. Ob ich das mit vier Schaden... Ach Gott, der stirbt da eh nicht, dann... ...steppe ein bisschen auf der Ratte rum. Hiking Red down. Fat Redle leider noch nicht down. Das muss ich knabbern an seinem Schild. Nein. Unschön. Aber was sehr schön ist, wir haben... ...beide großen Ratten getötet, ohne dass sie... ...Kontortreffer machen konnten. Oh, wir haben tatsächlich... ...sau wenig eingesteckt. Ähm. Das würde ich jetzt ungern essen wollen, aber hey. Ich schau mal schnell, was passiert, wenn wir richtig... ...gute... ...sachen hierfür hernehmen. Craft 4. Äh. Craft 2. Na dann. Geben wir das denn noch in Auftrag? Hau da jemanden drauf. Hau da euch drauf. Sehr schön. Sehr behämmert eigentlich. Aber hey. Was wollen wir machen? Also, ich danke euch fürs Zusehen. Und... ...ja. Also, ich danke euch fürs Zusehen. Lasst einen Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben Master of Suicide. Over and out. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie Cant. Wir sehen uns. Wir sehen uns.